Musik Ganz persönlich. Musik Das mach ich. Musik Liebe Gäste, Bürgermeister, Kreisräte, viele Menschen aus dem Landkreis Kalf. Ich begrüße Sie ganz herzlich hier in einer etwas anderen Location, was man sonst vom Landkreis Kalf gewohnt ist, nämlich hier im Teufelberg im Nagold, zur Präsentation unseres neuen Landkreisbuches. Das ist das Zusammenspielen zwischen Wirtschaft, Gastronomie, zwischen den Autoren, zwischen den Menschen und dem Landkreis. Es funktioniert nur, wenn man miteinander was macht. Wer im Landkreis Kalf Landrat werden darf, ist ein glücklicher Mensch. Und mit diesem Buch werden Sie noch mehr bekannt werden. Eine Werbung ist das Buch allemal. Meine Damen und Herren, wir Unternehmer im Kreis Kalf fühlen uns wohl hier. Das darf ich sagen und das macht sich auch deutlich, dass hier so viele mitgearbeitet haben, beigetragen haben, dass dieses Buch entstehen konnte. Es ist eins der schönsten Bücher in unserem Verlag. Sie werden vermuten, ich sage das immer, tue ich nicht, weil ich denke, sowohl in der Haptik als optisch als inhaltlich ist das ein sehr gelungenes Werk. Wir sind sehr stolz, dass wir Sie im Landkreis haben, genauso wie Sie alle Unternehmer aus Politik, Wirtschaft, unseren ärztlichen Direktor. Jetzt kommen alle und sagen, ja, wir brauchen Digitalisierung in der Schule. Digitalisierung, ne? Ja, der Putz bräuckelt von den Wänden, da geht's WLAN natürlich besser durch, so. In diesem Sinne, ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend mit tollen Begegnungen, tollen Gesprächen, hier heute Abend ganz persönlich. Das war's. Das war's.